Korrelationen sind Wechselwirkungen zwischen zwei Märkten. Gerade im Forex Trading ist die Beachtung dieser Korrelationen sehr wichtig. Beachtet man Korrelationen zwischen zwei Währungspaaren nicht, kann das zu großen Problemen führen. Bei positiv korrelierenden Währungspaaren steigt das eine, wenn das andere auch steigt. Ebenso fällt das eine Währungspaar, wenn das andere auch fällt. Sie haben eine positive Wechselwirkung aufeinander. Ein gutes Beispiel hierfür sind die Währungspaare EuroUSDollar zu EuroSchweizerFranken. Steigt das Währungspaar EuroUSDollar, steigt auch das Paar EuroSchweizerFranken und umgekehrt. Bei negativ korrelierenden Währungspaaren hingegen steigt das eine, wenn das andere fällt. Sie haben also eine negative Wechselwirkung aufeinander. Ein Beispiel hierfür wären die Währungspaare EuroUSDollar gegen Euro japanischer Yen. Steigt das Währungspaar EuroUSDollar, fällt das Währungspaar Euro japanischer Yen und umgekehrt. Gerade dann, wenn sie mehrere Währungspaare gleichzeitig traden wollen, ist es natürlich wichtig zu wissen, welche Währungspaare positiv und welche negativ miteinander korrelieren. Sonst besteht die Gefahr, dass Sie gegen sich selbst traden. Die Begebenheit, dass zwei Währungspaare in Korrelationen zueinander stehen, können wir uns beim Trading zunutze machen. Stellen Sie sich vor, Sie traden das Währungspaar Euro-US-Dollar und stellen fest, dass der Kurs an einem Widerstand bärisch ausgebrochen ist. Um herauszufinden, ob es sich um einen echten oder um einen falschen Ausbruch handelt, können Sie sich Währungspaare angucken, die in positiver Korrelation zum Währungspaar Euro-US-Dollar stehen. Beispielsweise das Währungspaar Euro-Schweizer-Franken. Da diese zwei Währungspaare in positiver, starker Korrelation zueinander stehen, müsste das Währungspaar Euro-Schweizer-Franken ebenfalls steigen, wenn der Euro-US-Dollar steigt. Man kann also korrelierende Währungspaare dazu nutzen, um sich eine Trendumkehr oder Trendfolge des jeweils anderen Währungspaares bestätigen zu lassen. Wir haben also eine Art Frühindikator. Die Wechselwirkung zwischen den Währungspaaren ist natürlich nicht immer gleich stark. Manche Paare stehen in einer wesentlich höheren Korrelation zueinander als andere. Um sehen zu können, welche Währungspaare mit oder gegeneinander korrelieren, stellen viele Broker eine sogenannte Correlation-Matrix zur Verfügung. Aus dieser kann man ablesen, welche Währungspaare eine positive oder negative Wechselwirkung aufeinander haben und wie stark diese ist. Die Stärke wird meistens in Zahlen von minus 100, extrem negative Korrelation, bis plus 100, sehr positive Korrelation angegeben. Diese Zahlen sind dynamisch und können sich im Laufe der Zeit verändern. Nicht nur im Forex-Markt kann es zu Korrelationen kommen. Wechselwirkungen gibt es auch zwischen anderen Assets, wie Rohstoffen, Indizes oder Aktien. Diese sind allerdings nicht ganz so verlässlich wie die im Forex-Markt, denn bei Rohstoffen usw. spielen noch sehr viele andere Faktoren mit rein. Ein weit verbreitetes Korrelationsbeispiel ist, dass wenn der S&P 500, der Dow Jones oder der DAX steigt, automatisch der US-Dollar fällt. Der US-Dollar ist also ein sicherer Hafen, der tendenziell immer dann steigt, wenn Aktien fallen. Diese Annahme ist jedoch ein Mythos. Ebenso unwahr ist die Annahme, dass der Goldpreis automatisch steigt, wenn der DAX verliert. Dass das nicht zwangsläufig stimmen muss, haben viele Praxisbeispiele bewiesen. Ebenso oft widerlegt ist die Annahme vieler Trader, dass der US-Dollar und der Goldpreis prinzipiell negativ zueinander korrelieren. Tendenziell kann es wie in allen Beispielen etappenweise zutreffen. Man darf jedoch nicht von einer zwingenden Wechselwirkung ausgehen und schon gar nicht von einer 1 zu 1 Korrelation. Denn wie bereits erwähnt spielen bei Rohstoffen, Indizes und Aktien ein Haufen weiterer Faktoren wie beispielsweise Inflationserwartungen, das Marktumfeld oder die Risikobereitschaft der Anleger eine große Rolle. Die verlässlichsten Korrelationen gibt es im Forex-Markt. Eine sehr gute Korrelation gibt es z.B. zwischen dem S&P 500, dem New Zealand Dollar und dem australischen Dollar. Diese drei Werte laufen positiv korreliert fast identisch zueinander und profitieren gleichermaßen vom bullischen Aktienumfeld. Nutzen Sie also Korrelationen vor allem, um sich eine Trendumkehr oder Trendfolge des jeweils anderen Währungspaares bestätigen zu lassen. Brand ships Klimak erwähnt werden von der Marketingphäre Mit der KM corn kennenlernen oder 600 bei der Marketingphäre mit einem